Soho, let's go ladies and gentlemen, hallo und herzlich willkommen hier zurück in den Kanälen. Oh yeah! Achso, hey, war nur dein Kumpel, oder? War auch nur, ach, ach, guckt euch mal das an, guckt euch mal an, wie die hier... Ach, ist ja grad vollkommen wurscht. Wir killen ja grad einfach alles im Stand. Ist, ist, ist wurscht. So, und wenn ich jetzt da durchgehe, dann kommen wahrscheinlich noch 300 andere Viecher. Schauen wir mal halt. Achso, nochmal ausräumen. Ausräumen, ausräumen, naja. Alles klar, wir werden ausräumen. Oh nein, ach, ich hab eigentlich jetzt schon wieder keine Lust. Ganz einfach, so einfach ist das. Aber bisher haben sie mich nicht entdeckt. Das ist cool. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich hab ein ganz, ganz, ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Oh ja. Oh. Das ist nicht gut. Oh, das ist gar nicht gut. Oh Mann. Okay, gut. Ähm, wir werden einfach mal so einen Warnschuss abgeben, dass wir jetzt hier sind. Ach, guckt euch das an. Da, da sind doch meine Freunde. Meine Freunde kommen. Abendessen, Leute. Und das war schon, das war die erste Welle. Vielleicht nochmal. Nee, jetzt glaube ich, jetzt wollen sie schon gar nicht mehr. Jetzt glaube ich, muss ich schon, jetzt muss ich schon, jetzt muss ich schon anrücken. Da sind welche, oder? Buh. Buh, 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 buh. Nö. Gott. Oh, ich trau dem nicht. Ich trau dem Ganzen überhaupt gar nicht. Null. Oh, ich hasse es. Ich hasse es, wenn ich kommen muss und ich ziehe. So, okay. Okay, okay, schauen wir mal. Komm, da kommt gleich sowieso was angelaufen. Oh, ich höre was, ich höre was, ich höre was, ich höre was. Ich höre was, ich höre was. Ich höre was, ich höre was. Shh. Okay. Gut. Oh, da sind viele. Oh, da sind viele. Du bist tot. Und du bist tot. Oh, ja. Und das war schon, meine Güte, das war ja irgendwie wieder einfach hier. Halleluja. Meine Güte. Jawoll. Ah, good God. So. Also jetzt hoffe ich mal, dass die alle tot sind und auch nie mehr zurückkommen werden, weil sonst, ähm, erstens komme ich halt nochmal. Ich meine, ich habe Zeit. Und ich habe Munition. Und wenn ich Zeit und Munition habe, dann, ah, das ist immer ganz schlecht. Das ist immer schlecht. Hallo Leute, ich komme wieder. Oh, ja. Ich muss mir mal vorstellen, am Anfang des, am Anfang unseres Spiels, da waren wir da hinten. Und jetzt sind wir richtig voll Boom. Boom. Also, da steht ja so richtig, mhm. Ähm. Der Stuhl der Waren, ja genau. Wunderbar. Wunderbar. Oh. Guckt euch wieder die, guckt euch die Fratze an. Ist alles ruhig hier. Oh, das war ein ganz böses Argument. Oh, oh. Auf Eindringlinge achten. Ach so, ja, ja, ja. Genau. So. Wie wäre es, wenn ich jetzt zehn erschieße und einfach ganz schnell wieder nach draußen laufe? Hey, das kann ich halt nicht machen. Soll ich das machen? Wachsam bleiben. Ja, ja, halt die Klappe. So, und. Ich weiß nicht. Oh, das ist nicht gut. Aua. Oh, das ist nicht gut. Oh, oh, nein, 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 nicht gut. Oh, das ist nicht gut, oh, das ist nicht gut. Oh, das ist gar nicht gut. Oh, Gott, ich hasse es. Äh, Leute, ich... Oh, ha, ha. Okay. So. Leute, ich komm jetzt rein. Ich bin jetzt drin. Okay? Okay. Ich glaub, die haben's... So. Oh, nachladen. So, jetzt komm, jetzt... Jetzt tu noch mal dein Köpfchen raus, Dreck, ne? Das bereust du. Ich würd's dir nicht raten. Ich würd's dir ganz ehrlich nicht raten. Ey, jetzt mach das echt nicht. Ja, okay. Ich tu nicht mehr hier zielen. Ich tu nicht mehr hinschauen. Ah, gut. Er hat keiner Lust mehr. Okay, wie wär's... Ähm... Wie, wie, wie? Aha! Nein, das war's nicht. Wie... Wie, 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 wie? Ihr wisst schon. Ah, ich... Mit... Ah, das ist doch schön. Das ist doch schön. So, und jetzt stirbt. Da drüben! So. Aha! Gut. Jetzt sind wir uns doch einig. Jetzt sind wir uns doch echt einig geworden. Also. Gut. Oh, hier kann ich ja reingehen. Ist ja heiß. Brauch ja gar nichts. Okay. Gut, 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 gut. Was will ich hier drin überhaupt? Ich hab's nämlich schon wieder so halb vergessen. Aber nur halb. Nur halb. Ähm... Gestohlene Ware. Finde den gestohlen... Ah, den Schnaps wollen wir finden. Natürlich. Und die schrauben wir wieder ganz, ganz fleißig an ihren Autos. Mann, das ist... Das ist gut. Das ist ein nicht guter Einsatz. Oh! Was zum Teufel? Nein! Meine Herren! Das war aber... Ziemlich... Wow! Das war aber ziemlich... Ein Ereignis. Für die Ewigkeit. So. Leute. Ich komm jetzt auch rein. Ich hoffe, dass euch das kein Problem. Oh, nein. Oh, fuck. So. Gut. Stipp, 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 stipp. Gut. Es ist schön, wenn ihr sterben könnt. Oh, nein. Er wurde zerfetzt. Ah, ist nicht cool. Ah! Nichts. Cool. Hey! Oh, da kommt noch mal jemand mit seiner Fackel angelaufen, oder? Habe ich so das Gefühl. Ja, doch nicht. Ach, Leute. Hier seid ihr. Oh, oh, oh. Es sind zu viele. Oh, es sind zu viele. Es sind zu viele. Oh. Alter. What? Ganz ehrlich. Was da? Was auch immer da jetzt für eine Meldung kam. Das war nicht sehr uncool. Entschuldigt euch gefälligst bei mir. Und haut nicht einfach so ab. Mein Gott. Ich bin gestorben. Ich bin gestorben. Einfach so. Also, ich wurde natürlich umgebracht. Okay, also. Wo muss ich denn hin? Da hoch. Natürlich. Ey, hier. Hier kommt man. Hier wird man manchmal. Echt blöd. Nicht gut. Nicht gut. So. Ey. Ich bastard. Ah, das ist nicht cool. Ja, wobei. Ähm. Ich wäre verbunden. Gut. So. Du bist gestorben. Aha. Jawoll. Das. Ist so wie es kennt. So. Ich hoffe, ich kann jetzt hier rausgehen, ohne dass jetzt irgendwer irgendwo kommt. Ah, das sieht doch, sieht doch gar nicht mehr so schlecht aus. Sieht so aus, als ob ich in Ruhe gehen kann. In Frieden. Ruhe, in Frieden. Ähm. Ja. Natürlich sollte man jetzt natürlich wissen. Und natürlich sollte man natürlich jetzt wissen. Natürlich, natürlich, natürlich. Wo der Ausgang ist. Aha. Gefunden. Oder? Ja. So. Ach, ist das nicht schön. Das ist doch so schön. So. Und mal wieder wurde die Wasteland-Werkstatt ausgelöscht. Auf der Hoffnung, dass nie wieder jemand hier zurückkommt. Ah, ist das schön. Ach, da fühlt man sich doch glatt viel besser. Viel, viel besser. Wasteland. Vergiss nicht, die Gegend zu erkunden, denn man weiß nie, was man alles finden kann. Oh, yeah. Hell, yeah. Ach so. Oh. Ich muss schon wieder da hinfahren. Und dann erstmal rückwärts schön einen Kratzer reinmachen. Ist ja wurscht. Ist ja nur so ein richtig fetter Buggy. Da soll ich es nicht kaputt gehen gerade. So. Okay. Und jetzt. Warte, ich will den jetzt kriegen. Den will ich jetzt kriegen. Jetzt lass mich mal analysieren, wie man am besten den mit so einer Half-Pipe. Keine Ahnung. Okay, warte. Lass mich mal hier. Probieren wir es mal so. Okay. Und. Ah. Fast. 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 Vielleicht hier oben. Gibt es hier oben irgendwas irgendwie zum Fett? Ähm. Ah. Mann ey, das ist echt. Vielleicht. Vielleicht ist es ja so. Irgendwie so. Nein. Nein, so ist es definitiv nicht. So ist es definitiv nicht. Vielleicht hier oben. Aha, ich wusste es doch. Oh. Nein. Definitiv nicht. Verdammt. Also es ist doch irgendwie das da. Also das ist es doch, ne? Habe ich doch recht gehabt. Ich wusste es. Ja. Nein. Ich will kein. Ich will kein Barrel Roll machen. Verdammte Hacke. Los. Kommst jetzt her. Sei lieb. Ja. Nein. Ach. Gute Güte. Na also. So macht man das. Mensch. Mensch. Es kenners. Ah. Gut. 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 So. Shrouded. Shrouded will auch wieder Stress haben. Gott. Bitte. Klicken. Oder kriegen sie. Kriegen sie. Gerne. 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 Ich hab doch immer hier ein Wörtchen mit denen. Sag mal. Ach. Ich muss schon wieder Belohnung abholen. Ja. Okay. Gut. Ich hab gedacht ich war ja erst dort. Aber. Okay. So. Wobei. Dann könnte ich ja theoretisch eigentlich die Shrouded machen. Und dann gleich dieses Ding da abgeben. Glaube ich. Oder? Ich glaube das kann ich dann alles in einem machen. Ja. Ich glaube das hätte es gut sein. Das hört sich sehr gut an. Grazie. Okay. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Was uns das gute Stück bringt. Halleluja. Ja. Gut. So. So. Halleluja. Shrouded Munker Nummero 2. Ich erlebe nie etwas. Oh. Glaub mir. Du wirst gleich. Du wirst gleich deine Kugel deines Lebens erleben. Beziehungsweise. Ich weiß nicht gleich. Auf Eindringlinge achten. Ja. Ja. Immer wenn ich komme. Natürlich dann auf Eindringlinge achten. So ist es recht. So ist es recht. Oh. Aber es ist aber schön, dass ihr euch wieder so schnell fortpflanzen konntet. Viel Spaß für mich. So. Und wo ist jetzt hier irgendwo was? Auf Eindringlinge achten. Hier ist ja gar keiner. Was wollten wir? Hä? Ist hier überhaupt irgendjemand? Nichts Neues hier. Hallo? Oh. Oh. Kuckuck. Hm. Er ist gestorben. Glaube ich. Zumindest. Oh. Und da auch. Oh. Oh. Wie? Oh. Das ist so ein... Oh. Das ist so ein... Oh. Das ist Dickmann. Oh. Das ist Dickmann. Oh. Das ist nicht gut. Oh. Das ist gar nicht gut. Oh. Das ist gar nicht gut. Hey. Kollege. Kollege. Oh. 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 Er ist tot. Meine Güte. Kein Wunder, dass er nicht bei einem Schuss draufgegangen ist. Oh. Das ist nicht gut. So. Ich glaube, da will noch jemand sterben. Wo? Wo? Ah. Da bist du. So. Okay. Na, 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 na. Noch jemand hier? Oder? Alle tot. Alle tot. Gut. Das ist doch schön. Gut. Okay. Also. Hm. Schön. Gut. Dann bevor ich hier diesen Knopf drücke, machen wir ganz kurz Pause. Äh. Ganz kurz Pause. Ganz kurz Pause. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, dass euch gefallen wird. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video bei Rage Schmidt dabei seid mit mir. Mein Name ist Ben und ich sage für heute auf Wiedersehen. Tschüss. See.